Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Vor zwei Tagen gab es ein richtig cooles Update, was Nerves für den Frostworker gegeben hat und einige andere Änderungen, da habe ich euch gestern schon ein Video zu gemacht. Und ganz am Ende dieses Updates gab es auch den ersten Sneak Peek, den ersten Look auf einen der neuen Descendants, auf einen der neuen Nachfahren. Und daraus erkennen wir richtig, richtig viel. Leute, hierbei könnte es sich um eventuelle Spoiler handeln. Das heißt, wenn ihr überhaupt gar nicht gespoilert werden wollt, sondern erst mit Season 1 den neuen Charakter sehen wollt, dann schaltet hier am besten einmal ab, weil das ist hier natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber das kommt dem schon sehr nahe, weil ich ja auch schon vor ein paar Tagen ein Video gemacht hatte, wo zwei Charakter geleakt wurden und das hier wird sehr wahrscheinlich damit einhergehend. Also, wir haben das Foto hier von The First Descendant auf dem offiziellen Twitter-X-Account bekommen und mit der Überschrift, lasst mich ablesen. The New Descendant ist armed with cold fury and ready to strike. Also auf jeden Fall ein Ice-Character, da haben wir aktuell nur Viesa als Ice-Character. Viesa, Ice-Character, gibt es nur Viesa, kriegen da also ein Zweit mit dazu. Wir wissen, der Charakter wird weiblich sein, weil sie hier schreiben her. Und her ist ja auf Englisch weiblich. Also wird es auf jeden Fall ein weiblicher Charakter werden. Und wir wissen, dass sie eine richtig, richtig große Sniper am Start hat. Das sieht man in der Solette des Characters. Vor einer Woche, ungefähr anderthalb Wochen, gab es einen Leak, da hatte ich euch schon ein Video dazu gemacht, wo auch schon drei neue Charakter geleakt wurden. Über zwei habe ich mit euch gesprochen, weil es dazu Fotos gab. Das war einmal Scar und einmal Classified, wobei Classified so aussah, als wäre das die Ultimate-Version von irgendwas. Und auch eine dritte Person, wozu es aber kein Foto gab. Deswegen hatte ich dazu nichts gesagt. Die hieß Hayley. Aber was wir wussten ist, dass Hayley beschrieben wurde mit Ice und Sniper-Themed. Und das passt perfekt zu dem Leak oder zu dem Sneak-Peak, den uns hier The First Descent gegeben hat. Und dazu gibt es auch noch ein paar zusätzliche Informationen. Einmal Sniper-Shot, Laser-Charging und Laser-Shot. Das könnten, denke ich mir, vielleicht die Attacken der Waffe sein. Und Cold-Themed-Mansions of Ultra-Cold, Cold Anger, Storm Slayer und Decrease-MP könnten vermutlich die vier Fähigkeiten von dem Charakter sein. Also man geht hier sehr stark davon aus, dass es diese Hayley ist. Aber zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass dieser neue Charakter eventuell Dominique ist. Da packe ich einfach mal ein Foto hier rein. Es gibt ja schon etliche NPCs, die hier rumlungern in Albion. Und da gibt es zwei, die darauf auch passen würden. Das ist, wie gesagt, einmal Dominique. Die passt ganz gut von der Silhouette her und spielt auch einen Sniper-Gewehr. Und es gibt Captain Harris. Die passt nicht ganz perfekt 1 zu 1. Aber ich finde, gerade die Haare könnten da eventuell ganz gut passen. Also Captain Harris könnte es sein. Dominique könnte es sein. Oder mein Guest, das wird sehr wahrscheinlich sein, Hayley wird einer der neuen Descenten sein. Und man geht aktuell davon aus, dass wir nicht nur einen Charakter oder zwei Charakter in Season 1 bekommen werden, sondern sogar drei oder vielleicht sogar vier, dass zu Season Start zwei Stück kommen. Hayley und noch ein Ultimate, den wir bisher noch nicht kennen. Können wir gut vorstellen, dass die nächste Woche revealed werden. Und dann nochmal in der Mitte der Season nochmal zwei, so wie wir das jetzt auch hatten mit Luna und Ultimate Baldy, dass in der Mitte der Season mindestens noch einer oder sogar zwei Charakter mit reinkommen. Natürlich auch mit neuen Waffen, neuen Komponenten und, und, und. Da wird nochmal ein gesundes Video kommen, weil sehr wahrscheinlich auch demnächst rote Komponenten, rote Reaktoren und rote Waffen ins Spiel kommen werden. Wenn immer stärkere Bosse kommen, ihr merkt das schon im Gearschlund, muss es auch irgendwie eine Möglichkeit geben, selber auch stärker zu werden. Und das ist aktuell der nächste Step, der da reinkommen wird. Ich weiß selber nicht, wann ich das letzte Mal so gespannt auf neue Charakter war. Also dieses, was könnte es sein, dieses Sneak Peaks, das macht der Entwickler schon sehr gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Was glaubt ihr, wer der neue Charakter wird? Und schreibt auch nochmal, was ihr euch als nächsten Ultimate Charakter wünschen würdet. Das hatte ich euch schon mal gefragt. Da war sehr viel Ultimate Shaman und sehr viel Ultimate Freyna dabei. Ich muss sagen, Ultimate Freyna würde ich mir auch sehr wünschen. Ich habe aber auch schon gesagt, wenn Ultimate Sharon mit reinkommt, dann werde ich, glaube ich, einen richtig, richtig krassen Sharon One-Shot-Build bauen. Aber ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Es sind noch einige Charakter offen, wo wir einen Ultimate-Charakter erwarten können. Da bin ich sehr gespannt, was ihr euch da wünscht oder was ihr glaubt, was da reinkommen könnte. Und dann noch eine Kleinigkeit, weil ich sie im letzten Video nicht erwähnt hatte. Zum Ende, damit ihr es mal gehört habt. Die ganzen Bosse der leeren Fusionsreaktoren wurden im Leben genervt. Da gab es ein paar Bosse, gerade eine Festung, der fällt mir zum Beispiel ein. Die hatten sehr, sehr viel Leben und da wurden durch die Bank weg fast alle genervt. Das habe ich auch schon gemerkt, als ich gestern ein paar Fragmente leeren Fusionsreaktoren hier gemacht habe. Die Bosse sind jetzt sehr, sehr viel einfacher. Wundert euch also nicht, falls ihr so einen Boss macht und euch denkt, oh, der ist aber jetzt einfach. Das liegt daran, dass mit dem letzten Patch da das Leben gesenkt wurde. Außerdem könnte es sein, dass einige von euch nochmal Post bekommen haben, weil bei den Twitch-Drops anstatt zwei lila Farben nur eine lila Farbe ausgeliefert wurde. Da seht ihr es gerade. Ich habe auch eine jetzt nochmal zusätzlich bekommen. Deswegen schaut einfach mal alle in den Posteingang. Da solltet ihr nochmal eine lila Farbe hier bekommen haben, wenn ihr mir oder jemand anderem auf Twitch zugeschaut habt. Wenn ihr nichts zu The Firsty Cent verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Da wird es sehr, sehr wahrscheinlich bald neue Informationen zu den neuen Charakteren geben. Da bin ich ultra gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.